Wir werden heute eine Tier 4 Nacht Mission erledigen, sind dazu hier im Kiefernwald gelandet und damit willkommen zurück auf meinem Kanal zu einer weiteren Runde 7 Days to Die. Es ist 22 Uhr, jetzt. Wir haben Hunger und wir sind auch ein bisschen leicht lydiert. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass ich die Zeit genutzt habe. Noch ein bisschen Rohstoffe abgebaut, hier gleich um die Ecke. Und dann kam natürlich wieder eine Schreierhorte, das ist ja inzwischen schon fast normal. Ja, wir starten los. Ford Quonset. Ich muss zugeben, wir haben es tatsächlich schon vor einiger Zeit gemacht und zwar genau auch an dieser Stelle. Das habe ich daran gesehen, dass die Rohstoffvorhaben hier tatsächlich schon von mir angeknuspert waren. Wo kommst du her? Oh, du bist aber schön geflogen. Allerdings ziemlich unfreiwillig. Ja, da muss man aufpassen, das Gebiet hier ist vermint. Das hat er jetzt kennengelernt. So, wo ist jetzt der andere Kollege hier? Der wurschelt immer noch da unten rum. Warte, ich komme runter. So. Ja, da muss man aufpassen, hier über all diese Minen. Das ist gefährlich. Da wäre ich auch schon fast in eine reingerannt. Ja, und dann können wir jetzt einfach mal hier uns lockerflockig bewegen. Ich kann mich noch relativ gut daran erinnern, wo was war. So, dass wir... Hier ist der Bunker, da ist dann der Endloot drin. Den machen wir zum Schluss. Wir wursteln uns einmal durchs Gelände durch. Das war nach meiner Kenntnis nicht so überragend. Was mich sowieso überrascht, dieser extreme Unterschied zwischen Tier 4 und Tier 5 Missionen. Vom Schwierigkeitsgrad her. Auch wenn wir jetzt hier im Kiefernwald sind, aber trotzdem. Da haben wir ja in der Wüste bei den Tier 5 Missionen hat man da richtig zu kämpfen. Gut. Oh, zwei. Ich mach mal so. Drei. Hehehe. Da lebt immer noch. Bleibt doch endlich liegen. Der bleibt aufliegen. Für immer. Ah ja, das stimmt. Da oben war eine Otterwäsche. Hatte ich total vergessen. Jetzt überschätze ich mich schon wieder maßlos. Ihr merkt es. Dass ich einen Infizierten mit gelben Augen, dass ich den versuche mit der Maräte Platz zu machen. Sammelwerkzeuge, da freue ich mich, Schlagstufe, Schrauberstufe, Schrauberstufe, Schrauberstufe 2. Halt, du hast die leider nicht getroffen. Was machst du denn du? Oh, du hast dein Bein verloren. Ja, nun liegst du da oben. Warte, ich komme hoch. Oh, jetzt fällst du auf mich drauf. Ist ja eklig. Gut. So, geht's wieder runter und weiter. So, hier gibt es eine ganze Menge Loot. Ich nehme erst mal alles mit, ohne großartig drüber nachzudenken. Das kann ich dann machen. Okay. Ich wollte die Kohle haben. Habe nebenbei das Eisen mitgekriegt. Haben wir, glaube ich, beim letzten Mal schon so gemacht. Ja, sortiere ich später aus, wenn ich weiß, was ich mitnehmen will. Da sind auch wieder drei. Okay, draußen ist jemand in die Mine gelaufen. Das hat man gerade schön gehört. Da muss keiner aus der Mission gewesen sein. Das kann auch... Den Sement holen wir uns dann noch. Den schaufeln wir weg. Das kann auch jemand externes gewesen sein. Aber auf jeden Fall hat es oben nicht gerumpelt und geschabbert. Und jetzt ist jemand kaputt. Der ist noch nicht kaputt. Jetzt. Und da kommt noch einer. So, jetzt haben wir irgendwie den Generator da vorne gar nicht angeschalten. Jetzt sind wir gleich zu dem hintergelaufen. Dann müssen wir dann eh wieder vor. Ein Einzelner. Da sieht es ja aus, als ob das Wunder ist. Deshalb nehme ich es mal mit. Ja, genau. Sehr gut. Ja, das nimmst du mit. Gut. Mehr war hier nicht. Traurig. So, dann gucken wir mal hier ins Zelt hinein. Da ist einer. Drei sind es insgesamt. Okay. Jetzt geht das schon wieder los. Okay. Und der dritte war nämlich der ohne Beine. Sehr gut. Gut. Komm. Beweg dich. Tapfer, du schaffst das nicht. Ja. Zement nehme ich nach wie vor mit. Feine Sache. Mehr ist ja nicht. Ja, haben wir den ersten Generator. Der springt immer nicht beim ersten Mal an. Das ist bekannt. Ja. Ja, geschafft. Da läuft er. Kommt ihr? Oder muss ich euch betteln? Oh, guck mal. Hier ist was kaputt gegangen. Oh, ein Wettrennen. Wer wird zuerst da sein? Er hat einen kleinen Vorsprung. Dann wurde er von ihrem Kopf getroffen. Verrückt. Der Generator läuft. Da vorne müssen wir dann den anderen noch anmachen. Das ist kein Zement. Aber das hier ist welcher. So, wie viele sind hier drin? Hehe. So, schön. auch mal eine andere Art und Weise das Thema anzugehen, aber bei so vielen Gegnern habe ich mir gedacht, will ich es jetzt nicht unbedingt riskieren das war irgendwie, da ist noch ein Stuhl das war dann zu viele Schläge einkassieren das kannst du mal mitnehmen, wobei du das gleich zerlegen kannst da hast du gleich das kann man nicht, okay so, jetzt ist es weg Bücher, was hat er denn? Fahrzeuge, wir brauchen eigentlich die Maschinengewehrteile da haben wir noch gar nichts gefunden was in diese Richtung geht schade, da hatte ich mir ein bisschen mehr versprochen in dieser Mission so, da vorne steht dann nämlich der Generator sind wir vor uns auch dran vorbeigelaufen war zu offensichtlich ja drüben in dem kleinen Bunker da ach jetzt geht er auch erst auf vorher ging der gar nicht auf da war der noch gesperrt da gibt es da war es nicht ganz ohne machen wir mal so dann nehmen wir die Waffe von der Munition ist sie ein bisschen besser ausgestattet ja Tür auf ich gehe mal aus der Schussbahn wo ist denn du her? du darfst nicht mitspielen oh ne, was war das denn? was war denn das gerade bitte für eine Explosion? wir sind noch nicht fertig mit Zaubern im Übrigen fehlt der halbe Bunker, hätte ich fast gesagt na der Bunker nicht, aber die Befestigung immerhin gibt es meinen Geschützturm noch da hat das Ganze überlebt wie konnte das denn jetzt sein? das erinnert mich ein bisschen an die Aktion vor einiger Zeit ich weiß gar nicht wann es war wo wir mal im Gefängnis diese Aktion hatten wo es da auch plötzlich gerumpelt hat und dann war da ein riesengroßer Krater in der Straße aber hier sind doch eigentlich keine keine Minen die sind doch nur außerhalb schon, kaputt einfach so ja, dann gehen wir mal runter hilft dir alles nicht ach ja, da mussten wir uns ja durchbordeln ich erinnere mich oh guck, hier liegt auch noch was so, das Gepäck noch das kannst du auf jeden Fall schon mal zerlegen und ich glaube die Eisenrohre kannst du auch zerlegen den einzelnen Lehm den lassen wir hier gut und dann brauchen wir hier den Geschützturm oder kriegt man das so hin? auch gut ... auf Ganz schön hartnäckig, muss ich echt zugeben, war ich jetzt ein bisschen überrascht. Dass die doch so viel überstanden haben, so viel ausgehalten haben, auch an Schüssen. Ich muss dringend auf panzerbrechende Munition umsteigen, das hatte ich glaube ich schon mal erwähnt. Auf jeden Fall sind wir durch, wir haben die Stromzufuhr wiederhergestellt und wir haben das Gebiet gesäubert. Wir haben eine Infektion, da habe ich jetzt gerade nichts dabei. Antibiotika, das machen wir später. Nicht wieder an der Basis bin, da habe ich genug. Genau, hier den Weg freimachen, dass wir hier leichter reinkommen. Gut, und dann gucken wir mal, was er hier für uns schönes liegen hat. Das lassen wir gleich hier liegen. Gut, Bücher, was hat er hier? Handwerk. Ach so, kannst du mitnehmen. Bruchshand haben wir rausgenommen. Das ist noch eine. Ach, das Bad, natürlich. Auch nichts weiter. Munition, ach da hast du was, das kann man verkaufen. Den Rest nehmen wir einfach nur mit. Medizin. Ne, lass mal liegen. Oh, Säure. Säure ist zwar ein relativ wertvoller Rohstoff, den man selten findet, aber auf der anderen Seite kann man glaube ich sogar selber herstellen. Aber man braucht ihn auch wirklich verdammt selten. Na ja, da erst mal die zwei Dinger. Getränke haben wir dabei. Ach so, genau. Ich nehme sie mal kurz mit. Denn die, ja Batterien. Batterien finden wir. Brauchen wir nicht bauen. Chemiestation haben wir schon. Brennstoff-Sparamot haben wir drin. Die Elixiere stellen wir auch nicht her. Räder stellen wir nicht her und das auch nicht. Also im Prinzip brauchen wir sie tatsächlich nicht. Gut, dann widmen wir uns erst mal den Holzküsten und dann den anderen, der anderen Küste. Schlagringe, das kannst du mal nehmen. Und die Vitamine, ja, brauchst du jetzt auch nicht. Was bringt das? 50. Sammelwerkzeuge und Erntewerkzeuge. Stahlwerkzeuge, Qualität 5 freigeschalten. Naja, geht er langsam vorwärts. So, und hier versuchen wir es mal mit dem Dietrich. Ach so, die Vitamine hättest du mal essen können, sehe ich gerade, weil du bist ja ein bisschen niedergeschlagen. Und schon ist wieder in Ordnung, die Welt. So, was hast du denn hier? Das kennen wir schon. Erntewerkzeuge, ein bisschen Geld und Arbeitsstationen. Holzfällerhandschuhe, die ist bringt gut Geld. Munition sowieso. Das kannst du mal mit verbrauchen. Kriegst du mal ein bisschen Gesundheit. Das Ding kannst du mit verscherbeln. So, dann haben wir es soweit. Mehr gibt es nicht zu holen. Doch, hier ist noch was drin. Schlagringe und eine Pistole, die allerdings auch nicht so viel bringt. Nehmen sie trotzdem mit. Ja, Tagesanbruch, das heißt der Händler hat auch offen. Wir fahren schnell gemeinsam hin. Das ist unspektakulär. Mit dem Moped geht es relativ schnell. Also was hier passiert ist, ei, ei, ei. Keine Ahnung. Plötzlich gab es einen riesengroßen Hieb, aber ihr wart ja dabei, ihr habt es gesehen. Über die Pyramide drüber. Also hier draußen, da sind überall diese Minen. Das ist ja verständlich, aber dort ist vor allem so ein großer Knall. Ich kann euch mal zeigen, wie so eine Mine explodiert. Wo ist sie? Da. Uch. Da passiert gar nichts. Da ist nicht ansatzweise der Block hier defekt. Manchmal macht das Spiel schon komische Sachen. Was hat es dir hier eigentlich noch drin? Ach, siehst du... So, dann packen wir mal ein bisschen was raus, dass wir Platz für die Belohnung haben. Ja, da geht es in den frühen Morgenstunden hier durch den Kiefernwald zurück zum Händler. Ja, was wird für den Rest des Tages passieren? Es wird auf jeden Fall so sein, dass ich jetzt keine Missionen mehr mache. Wir würden zwar eine Tier 4 Mission noch problemlos überstehen und auch hinbekommen. Ich werde die Zeit einfach ein bisschen an der Basis nutzen, denn heute Abend ist der Blutmund. Das heißt, morgen in der Folge machen wir gemeinsam die Blutmundnacht. Da werde ich also noch ein bisschen Rohstoffe formen vielleicht. Ich werde mir auf jeden Fall genug Material zusammensammeln, dass ich die Falle oben nicht reparieren kann. Also vor allen Dingen Stahl für die Klingenfalle brauchen wir ja mal in großen Mengen. Jetzt sind wir wieder in der Wüste und dann sind wir auch gleich beim Händler. Wir gehen wieder hier zur Seite rein, so wie ich es gewohnt bin. Dann verlaufe ich mich nicht so oft. Dann wieder rausgehen dann. Ja, das kann ich dir sagen. Da kannst du mir eine ordentliche Belohnung geben. Betonmischung ist nie schlecht. Sprengbolzen interessieren mich. Schneebenzinkanister können wir herstellen. Perne-Eintopf ist halt nur ein einzelner Perne-Eintopf. Das ist nie so gut. Wir haben zwar auch genug Beton inzwischen, aber... Naja. Nehme ich ihn mit. Alles andere bringt ja auch nie so viel Benzin. Wie gesagt, habe ich auch genug. Es sind keine tollen Belohnungen. Es ist halt auch leider so, dass wir hier mit den Belohnungen noch nie allzu weit sind. Es gibt ja die Skills und wo warten das? Oder das gleiche hier ganz vorne. Irgendwo gab es ein Skill, wo man die... Der wagemutige Abend... Wagemutige Abendtahl, genau. Wo man die Belohnungen verbessern kann. Wobei das ist... Doch, hier hinten gibt man dann zwei Questbelohnungen. Beide Zugang zu besseren Händlergegenständen. Und erhalte mehr Tukes. Gut, sei es drum. Wir gucken noch mal kurz, was er... Für uns als... Zum Verkaufen hat. Stahl werden wir nicht kaufen. Wir suchen Maschinengewehrteile. Aber nicht. Ja, und dann gucken wir mal, was er für Bücher hat. Erntewerkzeuge. Elektrische Fallen, Shotgun, Rohrschlaghemmer, Schlagringe. Ja, nichts, was wir jetzt unbedingt brauchen würden. Was hat er an Panzerbrechender Munition? Was kostet uns die? 150 Schuss, 7200. Da kann man vielleicht doch besser bestellen sie selber her, ne? So viel kriegen wir ja dann doch nie für unsere Quests, dass wir hier ständig dann entsprechende Munition kaufen können. Ja, da hat er noch mal welche. No, einfach ein kleineres Paket. Einfach weniger. Ne gut, also ich sehe jetzt auch nichts, was ich schon mit denen kaufen müsste, was uns weiterbringt. Ich könnte tatsächlich mal gucken, die MP5 zu bauen als Stufe 6. Ja, maybe, eher nicht, maybe. Was? Oh, was ist denn hier los? Ein Haufen Geier, aber die greifen nie an. Erstaunlich. Ja, das ein Material einsortieren kann ich später. MP5. Da ist er. Stufe 6. Ja, das ist halt der Stahl in erster Linie, ne? Die 150 Stahl, die wir dafür brauchen. Ja, wir haben genug davon mal abgesehen. Ich habe auch schon ein paar Tonhülsen vorbereitet. Ich habe schon Schießpulver vorbereitet. Wir können also dann auch Munition bauen. Geschossspitzen habe ich nicht. Da habe ich nur das, was wir bisher gefunden haben. Sind aber auch ein paar. Ein bisschen was haben wir auch schon gebaut. Ja, dann Panzerbrechen der Munition. Gut. Ach so. Kannst du gleich mal eine von deinen Antibiotika nehmen? Damit du deine Infektionen loskriegst. Ja gut. Wie gesagt, ich werde jetzt Offscreen noch ein bisschen Kleingram machen. Nichts Weltbewegendes. Vielleicht nutze ich auch die Betonmischung, um unsere Falle noch ein bisschen aufzuwerten. Wobei die Bereiche, wo uns jetzt so ein bisschen Schaden machen, die sind ja alle schon auf Beton oder teilweise sogar schon auf Stahl aufgewertet. Da habe ich jetzt keine großen Bedenken. Ich habe die Anzahl der Blutmondfeinde erhöht gehabt nach der letzten Blutmondnacht. Das hatte ich angekündigt, dass ich das mache. Wir sind jetzt bei 16. Und das hatte ich glaube ich mal Offscreen gemacht. Ich habe hier tatsächlich noch eine Klingfalle hingebaut. Da ist der Plan, dass die Zombies, die hier oben dann runterfallen. Ich hoffe, dass die nicht hier drauf stehen bleiben. Hier, wo ich jetzt stehe. Sondern, dass die dann tatsächlich runterfallen. Und dann kriegen die beim Runterfallen erstmal noch einen Kopfschnetzler. Und vor allem die, die sich hier stapeln. Also wenn jetzt hier einer im Zaun steht und sich deshalb nie bewegen kann und ein anderer fällt drauf, dann wird er von der Klingenfalle geschnetzelt. Und wir kommen an die Klingenfalle ran zum Reparieren. Das ist mir auch wichtig gewesen. Ich kann natürlich so eine Klingenfalle als Verschleißartikel irgendwo hinbauen. Aber hier komme ich ran, spätestens wenn ich mich hinhocke. Oder, denke ich zumindest, werde ich dann sehen in der Blutmannnacht. Also morgen in der Folge. Gut, haben wir das auch noch gleich mit besprochen. Und dann sehen wir uns morgen Abend. Nee, ingehm heute Abend und morgen in der Folge. Hier an unserer Blutmannfalle. Für heute verabschiede ich mich. Ich bedanke mich immer ganz herzlich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.